moin moin leute danke fürs vorbeischauen wir werden jetzt einem kleinen freude machen und zwar ich nehme jetzt einfach roherz und gebe den dafür ein paar black scars wollen mal gucken wollen mal gucken was er sich so wünscht ja wir werden immer dann geben wir den 1 2 3 4 er looted nicht so schnell hier auf jeden fall der freut sich anscheinend er kann es gar nicht glauben oder schmeißt der noch ein bisschen roherz heraus was tut er was nimmt er ja ich mache mal wieder mal so kleine events und verschenke einfach mal ein paar waffen der freut sich es blitz level 25 dementsprechend freut er sich über die sachen ja danke fürs zuschauen ciao 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 ciao